So, so machen wir das. Bin wieder da. Mensch, Robert. Ich weiß nicht, ich kriege das nicht aus dem Kopf, dieses, dieses, äh, von den Geissens. Die hier, diese, diese alte Blondine, wie sie immer ruft, Robert. Oh, bist du ja nicht gerade sehr hilfreich. Robert will also zur Seilbahnstation. Ich wusste, er hat einen Plan. Ich muss ihn finden. Ich wusste, er hat einen Plan. Das hat noch drei Jahre gedauert. Du, ich bin ja ziemlich gerne zu haben. Sehr gerne. Ich meine, er ist ein Trottel. Aber er ist auch die großartigste Person, die ich kenne. Oh. Und? Seid ihr Freunde? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind ein Paar. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh. Okay. Ei, ei, ei. Was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Toll. Toll. Schön. Ich glaube, die hat sich echt in die verliebt. Und ist jetzt traurig, dass sie schon vergeben ist oder so? Was ist hier los? Warum stehen die alle auf Laura Biagiotti? Die Verführerin. Okay. Danke. Kein Problem. Immer gerne. Ah, Nackenrolle. Das könnte praktisch sein. Ja, Nackenrolle. Ich nenne sowas ein Kissen. Aber gut. Du darfst sie gerne ausleihen, aber bitte leg sie dann wieder zurück. Äh, nein. Ich werde jetzt einfach ausbrechen und dann kannst du mich mal. Gern haben? Kannst du mich mal gern haben. Da wird immer das Essen geliefert. Wenn dir das nicht passt, dann halt halt die Klappe. Sie geht nicht auf. Hm. Conroy-Bibel. Eine Conroy-Bibel. Ich kenne das gesamte Ding auswendig. Kenne deinen Feind. Okay. Abflussrohr. Poster. Nach draußen gucken. Oh. Ist auch nochmal so viel Zeug. Eieieieiei. Eieieiei. Äh, ich mache erst mal die Telle. Ne? Klebeband. Wieso schaue ich mir das an? Weiß nicht. Nimm es einfach mit. So viel zu sehen. Ah. Shawshank Redemption. Da drüben wohnt Onkel Oboe. Unfreiwillig. Wie wir alle hier. Oboe. Na, wie geht's dir da drüben? Laura. Ach, ich dachte schon, sie hätten dich weggebracht. Ich hab dich seit sechs Nächten nicht mehr schnarchen hören. Ich schlafe jetzt immer auf dem Kopf, aber erst seit fünf Nächten. Hab ich richtig gehört? Da ist jemand bei dir. Seid ihr jetzt zu dritt? Zu zweit? Das hier ist Libretta. Hallo Onkel Oboe. Oh, meine liebe Nichte. Wie schön zu hören, dass es dir gut geht. Naja, gut. Nun ja. Gut würde ich das nicht nennen. Mein armes Kind. Es wird schon alles gut werden. Dieser Wahnsinn kann nicht ewig dauern. Ach, und habt ihr da drüben eigentlich Bademäntel? Mir haben sie keinen gegeben. Das wird auf jeden Fall hinterher in meine Bewertung einfließen. Jedenfalls ist es sehr nett, dass mir jetzt drei charmante junge Menschen Gesellschaft leisten. Das Entertainment hier ist absolut unterirdisch. Bisschen verwirrt, oder? Ein ganz klein wenig verwirrt. Und warum sagt er ganz das über drei? Hey, stellt er den Phosphat mit? Oder denkt er, der Robert wäre hier? Wie lange bist du eigentlich schon hier? Die haben mich gleich am Anfang mitgenommen. Ich bin seit vier Jahren hier. Alter. Onkel Oboe, vor vier Jahren waren wir alle noch versteinert. Conroy ist vor drei Jahren gefallen. Das habe ich doch gerade gesagt. Okay. Das Essen hier. Ich gebe zweieinhalb von fünf möglichen Punkten. Warum zweieinhalb? Nun, immerhin hat man eine vegetarische Option. Welche denn? Die Fleischsuppe. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Es gefällt dir hier nicht besonders, was? Dieser 86er-Shateauneuf de Papp hier hat nicht mal Zimmertemperatur. Was sind wir? Tiere? Denen werde ich was husten. Darauf kannst du dich verlassen. Die bekommen einen Brief von mir, der sich gewaschen hat. Ich sage nur drei Worte. So nicht. Das waren zwei. Du beschwerst dich andauernd. Meinst du wirklich, das bringt was? Natürlich. Ich habe sogar schon darüber nachgedacht, mit dem Äußersten zu drohen. Und das wäre? Dass ich dieses Gefängnis zum letzten Mal besucht habe. Ja, was auch immer dir hilft, das hier zu ertragen. Okay, also der tut mir ein bisschen leid. Der scheint verwirrt zu sein. Na dann, bis zum nächsten Mal. Na, hoffentlich. Aber das scheint ja hier so ein allgemeines Thema zu sein. Dass Leute mit tragischen Umständen nicht klarkommen und sich dann Sachen einbilden. Wir hatten ja im letzten Teil diesen Rezeptionist quasi, der Wächter, der Wärter, der durchgedreht ist und mit seinem Spiegelbild geredet hat. Wenn er so komische Geräusche gemacht hat. Das sieht nicht richtig aus. Ja, ja, also. Dazu fällt mir nichts ein. Das scheint ja so allgemein so ein bisschen Mode zu sein, dass die Leute durchdrehen. Saftladen. Okay. Klebeband. Klorolle. Nackenrolle und Conroy-Bibel. Äh, wir rufen MacGyver und der baut uns jetzt eine Tretmine. Die schmeißen wir raus. Die Wache tritt drauf. Äh, fliegt in die Luft. Äh, die Wand bricht ein und wir können fliehen. Okay. Wo ist MacGyver? Braucht er noch eine Aldi-Tüte? Nee, oder? Nee, äh, wir supporten ja jetzt Lidl. Also eine Lidl-Tüte. Wieso schaue ich mir das an? Weiß ich nicht. Was? Stricknadel. Das könnte praktisch sein. Jetzt weiß ich, wer, 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 wer so viel gestrickt hat. Die Verrückte im Knast. Für ein Gefängnis ist die Kloschüssel ziemlich sauber. Ich muss gerade nicht. Ist das meine Nackenrolle? Ja, ja, keine Sorge. Ganz schön versifft. Warum? Warum hast du die Nackenrolle? Warum hast du das Kissen ins Klo gesteckt? Sag jetzt nicht, weil ich's dir befohlen hab. Ich wollte einfach was alle Items durchprobieren. Lieber nicht. Nachher krieg ich sie dann nicht mehr raus. Warum hast du das Kissen ins Klo gesteckt? Selbst Klebeband hilft dir nicht mehr. Hallo. Retoursendung. Ich bin unzufrieden. Das funktioniert? Toll. Naja. Dachte ich mir schon. Ich wollte was Sachen durchprobieren. Das gehört mir. Das Abflussrohr ist kaputt. Ich überschwemme doch nicht meine eigene Zelle. Oh, das ist doch aus Pappe. Wie soll denn das... Wie soll denn so eine Papprolle da helfen? Selbst wenn ich da jetzt Klebeband drum rum mache, also das ist doch lächerlich. Und jetzt? Was bringt das jetzt? Die Kloschüssel ist randvoll. Ich überschwemme doch nicht meine eigene Zelle. Ich verstehe. Ich verstehe, was jetzt passiert. Doppelte Ladung. Was ist denn da draußen los? Was ist denn da draußen los? Das Rohr ist geplatzt. Das soll eine Ratte sein? Das ist doch keine Ratte. Das ist ein Vogel. Ich hatte mal eine Haustierratte, als ich klein war. Das ist doch ein Vogel. Das fasse ich nicht an. So viel zu sehen. Das ist doch keine Ratte. Das macht nicht richtig Krach. Vorher muss ich die Wachen irgendwie ausschalten. Interessant. Das macht nicht richtig Krach. Okay. Okay. Das ist der Bekloppte mit den Kakteen. Hey, du da! Wache 1833 meldet sich zum Dienst. Was gibt's denn? Toller Kaktuswald. Ich hab dazu nur eine Frage. Warum? Kakteen sind die mit Abstand schönsten Geschöpfe. Ihre Form, ihre Farbe, ihre Zierlichkeit, die im vollkommenen Einklang mit ihrer Gefährlichkeit stehen. Siehst du mein Fanplakat? Das habe ich aus Kaktus heute. Leider fehlt darauf ein ganz bestimmter legendärer Kaktus. Der blaue Maurice. Was willst du denn damit? Den muss ich wahrscheinlich nachbauen. Ich würde ihn natürlich den ganzen Tag betrachten. Kakteen sind gemacht, um verehrt zu werden. Ja. Und ich könnte dann einfach fliehen. Eine Win-Win-Situation. Was? Äh, nichts. Okay, der blaue Maurice, ha? Für mich sehen diese Dinger alle gleich aus. Grün und stachelig. Wie bitte? Jeder Kaktus ist einzigartig. Ihre Körper und ihre Stacheln können so unterschiedlich geformt sein. Manche sind mit Stacheln und Blüten überseht. Andere sind ganz keusch. Ja, ja, ja. Dieser blaue Maurice fehlt dir also noch in deiner Sammlung? Ganz genau. Es gibt auch nur Gerüchte und Beschreibungen von ihm, aber keine richtigen Bilder. Ich würde alles für ein Bild vom blauen Maurice tun. Alles. Ich könnte mich überhaupt nicht an ihm satt sehen. Hm. Der blaue Maurice also? Woran erkennt man den? Wahrscheinlich blau, oder? Er ist stachelige Perfektion. Er ist eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpix. Richtig. Er sieht aber überhaupt nicht aus wie der schmale Eumel, der kleine Johannes oder ein Willy Wonka. Nee. Gut, vielleicht finde ich ja ein Bild von deinem grünen Freund. Was würdest du davon halten? Willy Wonka? Wirklich? Oh, mir wird jetzt schon ganz schwindelig, wenn ich daran denke. Und ich hätte ein Hindernis weniger auf dem Weg nach draußen. Was? Ich habe Hunger. Was gibt's denn heute? Das übliche. Erbsen an Eis, Fleischsuppe mit Blaubeerpudding, ein Tomatengericht und zum Nachtisch Kompott. Was für welches? Obstsalat. Das klingt doch eigentlich gar nicht mal so schlecht so. Erbsen an Eis. Ist das quasi die Vorspeise? Dann muss ich mich für eins entscheiden. Jetzt bin ich verwirrt. Nie. Ich musste ja fragen. Wie sind die Erbsen heute? An Eis. Die nehme ich. Vorzügliche Wahl. Ich wollte die anderen Sachen... Einmal Erbsen an Eis. Okay. Hey, du hör mal. Ich höre. Warst du unter Conroy auch schon Gefängniswache? Ich dachte nach Conroys Fall eigentlich, dass ich nun endlich Kakteenzüchter werden könnte. Aber dann kam Emil. Und der hat ja auch recht. Womit denn? Weiß ich gerade nicht. Diese Wachen sind doch alle dämlich. Die wurden, glaube ich, von Conroy gezüchtet oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Also ich bin der Meinung, hat mir nicht irgendwie was da entdeckt? Dass es da so eine Art Zuchtfabrik oder sowas für die Komisches gibt? Oder ich weiß es nicht. Oder Klonfabrik? Ich weiß es nicht. Aber für mich sehen die aus, als wären das einfach alles nur dumme Klone. Macht es dir eigentlich Spaß, Leute wegzusperren? Es kommt drauf an. Vorher war ich Latrinenwache. Da musste ich mir abends nur den Gestank abwaschen. Jetzt die Schuld. Oh, das war Dieb. Das war Dieb. Die Schuld. Das hier nennt ihr einen Knast? Das ist doch ein Wellnesshotel. Bei Conroy. Da gab es noch richtige Verließe. Nicht so ein Wischiwaschi-Kram mit zwei Mahlzeiten am Tag. Er hat mich mal 15 Meter über dem Boden in einen schwebenden Käfig gesteckt. Zwei Wochen lang. Das hat sich nach Gefängnis angefühlt. Ähm. Tut mir leid. Und jetzt entschuldigt sich auch noch das Wachpersonal. Habt ihr keine Schulungen gehabt? Seit ich hier bin, wurde ich weder geschlagen noch angespuckt. Kein einziges Mal. Was stimmt nicht mit dir? Lange Geschichte. Aha. Laura Biagiotti steht also drauf, angespuckt zu werden. Und geschlagen zu werden. Eieieiei. Was hat sich der Robert da eingelassen? Die geht aber bestimmt ganz schön ab, du. Ich finde es ein bisschen frech, dass hier nur eine Wache rumsteht. Ich meine, ich habe das System nicht 18 Jahre lang bekämpft, um jetzt nicht ernst genommen zu werden. Entschuldige, was? Wen muss ich hier umbringen, um in den Hochsicherheitstrakt gesperrt zu werden? Es gibt dir, soweit ich weiß, gar keinen Hochsicherheitstrakt. Wow. Ich hätte wirklich ein bisschen mehr Respekt erwartet. Da denkt man, man ist Staatsfeind Nummer eins. Und dann sowas. Okay. Ich würde gern noch etwas bestellen. Kann man mehrere Sachen bestellen? Wie ist denn die Tomatensuppe heute? Genauso schlecht wie gestern. Aber das Curry macht die Sache erträglich. Was soll's? Her damit. Einmal Tomatensuppe! Ach, man kann verschieden... Was? Geht man so viel zu essen? Hey. Ich höre. Ich würde gern noch... Ich will Obstsalat. Wir wollen alle irgendwas. Ja, und ich will Obstsalat. Willst du dir einen Feind machen? Einmal Obstsalat! Interessant. Ich kriege alles geliefert, was ich will. Das ist ja wirklich ein Luxushotel. Wieso schaue ich mir das an? Weiß ich nicht. Hä? Das macht nicht richtig Krach. Pfirsichkerne. Geht jetzt hier runter? Oh ja. Ich hatte mal eine Haustierratte, als ich klein war. Das ist zu weit weg. Ja. Warte, schnapp's dir. Das fass ich nicht an. Sieht aus, als esse jemand hier sehr gerne Pfirsiche. Interessant. Ich weiß noch nicht ganz, was das soll, aber... Uh, der erste Weg in die Freiheit. Erstmal muss ich aus der Zelle rauskommen. Erstmal muss ich... Kaktusposter. Oh Gott. Ja, die hat er alle benannt, ne? Das muss ich mir jetzt wahrscheinlich irgendwo aufschreiben. Ich brauche einen neuen Stift und ich brauche einen neuen Block. Mein Block ist fast voll. Mein Stift schreibt nicht mehr. Ah. Der schmale Eumel hat also nichts vom blauen Moris. Was soll ich damit machen? Weiß ich auch nicht. Die grüne Libelle, die ist jetzt auch so geformt wie der. Hat andere Blüten drauf und andere Zacken. Der sieht hübsch aus. Ja, der wunderschöne blaue Moris ist ja auch eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpix. Der blaue Moris ist eine Mischung aus der grünen Libelle. Wo ist denn der... Ah, da hat der Blihabla. Blihabla und der Doinkpix, ne? Das heißt... Das heißt was? Was wollen wir? Der blaue Moris, ne? Der blaue Moris. Also er kann schon mal nicht geschwungen sein. Er kann nicht diese komischen Dinger hier haben, ne? Er kann auch nicht diese Farbe von Blüten haben. Das heißt, er hat wahrscheinlich gelbe Blüten. Ist entweder gerade oder ein Y. Und hat entweder so komische geschwungene Stacheln oder gerade Stacheln. Die Stacheln kann er nicht haben. Ich würde sagen... Ne, es reicht noch nicht ganz. Ich fülle mir noch die anderen Sachen an. Der sieht hübsch aus. Ja, der wunderschöne blaue Moris. Achso, mehr sagt er nichts, ja? Der sieht... Ja. Okay, was gibt's denn noch? Kleiner Johannes? Der sieht komisch aus. Kein Wunder. Der hat wirklich überhaupt nichts vom blauen Moris. Ah, okay. Der Johannes hat also auch nichts davon. Also das heißt, er kann keine... Er kann keine Geschwungenen haben. Er kann nicht gerade sein. Und er kann keine pinken Blüten haben. Das heißt, die Blüten wissen wir. Die Blüten sind also gelb. Es kann nicht geschwungen und es kann nicht zackig sein. Das heißt, es müssen gerade Stacheln sein. Stacheln gerade. Und er kann nicht kerzengerade sein. Und er kann nicht so geschwungen sein. Das heißt, er muss y-förmig sein. Das heißt, wir wollen einen y-förmigen Kaktus mit geraden Stacheln und pinken oder rosa, was auch immer, Blüten. Pink, rosa, lila, irgendwas. Ich weiß nicht. Also hier sieht es eher pink aus. Hier sieht es eher lila aus. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist. Oder ob das die gleiche Farbe sein soll. Da fehlt etwas. Der blaue Moris. Was läuft da zwischen dir und diesem Moris? Nichts. Mein Interesse ist rein botanisch. Aha. Kaktusficker. Okay, gut. Wir wissen, was wir brauchen. Warum? Ja, warum? Das ist zu weit weg. Der Wasserdrück hat das Rohr zum Platzen gebracht. So viele gefangene Flötennasen. Ich möchte sie nicht stören. Die Wache hat den Zellenschlüssel. Wie komme ich da bloß ran? Dem habe ich nichts zu sagen. Gefängnisküchen. Bah. Da komme ich nicht ran. Gefängnisküchen. Damit kann ich... Okay. Ich wüsste ja gerne, wie ich die Ratte... Was ich mit der Ratte machen soll. Aber... Wir gucken uns jetzt erstmal das Essen an, was uns geliefert wurde. Die Nackenrolle. Obstsalat. Köstlich. Das ist also Obstsalat. Das ist also Ob. Hunger? Ja. Das hier? Nein. Danke, ich habe gerade keinen Hunger. Dann müssen wir nochmal die anderen Sachen bestellen. Ich dachte, die liegen jetzt alle da. Aber anscheinend muss man die einzeln bestellen und einzeln abrollen. Hey. Ich höre. Ich würde gerne noch etwas bestellen. Wie sind die Erbsen heute? An Eis. An Eis. Die nehme ich. Vorzügliche Wahl. Einmal Erbsen an Eis. Gefrorene Erbsen. Das sind also die Erbsen an Eis. Ich würde gerne noch etwas bestellen. Ich würde gerne noch etwas bestellen. Was soll's. Her damit. Einmal Tomatensuppe. Tomatensuppe. Currypulver rettet nicht alles. Kann man die Libretta vielleicht befreien? Ich möchte und kann gerade nicht stricken. Kannst du was für uns malen eventuell? Du, Libretta? Ja? Laura? Oh, Laura. Kannst du auch Kaktusse malen? Du meinst Kaktin zeichnen? Okay, ich hab's kapiert. Du bist klug. Oh, danke. Du bist auch klug. Nee, die ist eine Kaktusse. Ich male hier gerne einen Kaktus, wenn du willst. Also, ich brauche dafür folgendes. Ein Stift, die Farben Rot, Gelb und Blau. Oh, und natürlich Papier. Kannst du mir das vielleicht aufschreiben? Klar. Hast du mal Stift und Papier? Kannst du mir jetzt einen Kaktus zeichnen? Ich würde ja liebend gern, aber... Ich habe leider kein Papier da. Ich bräuchte einen Stift. Mir fehlt noch gelbe Farbe. Ohne Rot wird das schwierig. Ich brauche noch ein wenig Blau. Mit verbundenen Händen lässt es sich schlecht zeichnen. Ansonsten könnte ich sofort loslegen. Ja. Na dann, mach doch. Alle Probleme gelöst, ja? Also, ähm... Papier. Auf den Seiten ist kein Platz mehr zum Zeichnen. Ähm... Kann man das posten? Eventuell könnte ich ja auch den Wächter nochmal fragen, ob er Papier für mich hat. Hey, du, hör mal. Ich höre. Kein Papier, ja? Ich würde gern noch etwas best... Fleischsuppe mit Pudding klingt gut. Leider aus. Wir haben... Und wann gibt's... Wenn der kommt... Ich musste... Wir müssen irgendwie diese Ratte fangen, hä? Äh... Wo können wir hier Papier herbekommen? So... Außer vielleicht vom... Alles klar. Vom Nachbarn. Weitermachen. Jawohl. Ich frage mal den Nachbarn. Onkel Oboe? Ich bin ganz ohr. Oh ja. Hast du zufällig Papier, einen Stift oder Farben bei dir? Ich hab hier Klopapier. Naja, das sollte als Papier durchgehen. Klopapier ist die Knastwährung. Und wie du weißt... Wird um Klopapier gespielt. Ja, ja. Ich hab die Regel nicht gemacht. Also, heute spielen wir Klopf-Klopf. Okay, wie geht das? Was ist das? Altes Dynastiespiel. Einer klopft, der andere muss raten wie oft. Klingt, äh... Total blöd, ja. Ich verliere einfach immer. Der Mindesteinsatz sind vier Streifen Klopapier. Mist, wir haben keins mehr. Das könnte ich anstelle von Klopapier verwenden. Danke für deine Hilfe. Immer doch. Geht das als Mindesteinsatz? Ja, das sollte passen. Das sind ein bisschen mehr als vier Streifen. Also gut, konzentrier dich. Und, bist du mitgekommen? Er hat zweimal geklopft. Dann hat irgendwas gescheppert. Und dann hat er nochmal geklopft. Hier, richtig waren das drei. Oder zählt das Scheppern auch als Klopfen? Er hat... ...gemacht. Dann hat er irgendwas gescheppert. Ich weiß nicht, ob er irgendwo dagegen gestoßen ist. Oder ob das mitzählen soll. Und dann kam nochmal ein Schlag. Drei, oder? Drei Mal. Leider falsch. Hier mit den Papieren. Verdammt. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. Jippie. Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Also gut. Konzentrier dich. Wenn das Scheppern zählt, dann waren es halt vier. Vier Mal. Richtig. Aber du musst dreimal hintereinander richtig raten. Wenn es sein muss. Also gut. Also gut. Konzentrier dich. Und? Bist du mitgekommen? Das war das Gleiche. Das war die gleiche Soundfall. Vier Mal. Du hast gewonnen. Hier hast du das Klo-Papier. Aber das war doch nur zweimal richtig. Ja, dreimal richtig geraten. Ähm, ja. Wie wäre es mit einer Revanche? Weißt du was? Ich schenke dir die Conroy-Bibel. Oh, danke. Meine habe ich schon lange aufgebraucht. Mach's gut, Onkel Oboe. Ich denke, auf diesem Papier könnte ich zeichnen. Blöd nur, dass meine Hände gefesselt sind. Wissen Sie mal, hallo. Eine davon könnte ich als Pinsel verwenden. Blöd nur, dass meine Hände gefesselt sind. Ich dachte, ich befreie dich einfach mal mit den Stricknadeln. Die Farbe ist gut. Aber wie soll ich denn mit Pulver zeichnen? Damit kriege ich den Block nicht klein. Mit Essen spült man nicht. Oh Gott, war der schlecht. Lieber nicht. Na. Die Nackenrolle hat ihre Schuldigkeit getan. Okay. Wo hast du den Teller her? Ich denke, diese Farbe würde sich gut zum Zeichnen eignen. Blöd nur, dass meine Hände gefesselt sind. Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Blöd nur, dass meine Hände gefesselt sind. Grün ist keine kreative Farbe. Okay. Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Blau. Blau ist eine warme Farbe. Findest du nicht, Laura? Keine Ahnung. Von mir aus. Oh. Okay. Wie dich an die ranmacht. Grün ist keine kreative Farbe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, ich finde das gleich heraus. Ich denke, auf diesem Papier könnte ich zeichnen. Blöd nur, dass meine Hände gefesselt sind. Ich glaube, du könntest da an was dran sein. Ja, ja, es könnte sein. Ich habe da so den leisen Verdacht, dass ihre Hände tatsächlich eventuell unter Umständen vielleicht gefesselt sein könnten. Das ist die arme Libretta. Soll ich ihre Hände? Ich habe ja schon die Stricknadeln ausprobiert. Du, Libretta? Ja? Laura? Oh, Laura. Mia Giotti. Kannst du mir jetzt einen Kaktus zeichnen? Ich würde ja liebend gern, aber... Ich habe leider kein Papier da. Ich habe dir Papier gegeben, du Fotze. Ich brauche einen Stift. Mir fehlt noch gelbe Farbe. Ohne Rot wird das schwierig. Ich brauche noch ein wenig Blau. Mit verbundenen Händen lässt es sich schlecht zeichnen. Ansonsten könnte ich sofort loslegen. Hm. Onkel Oboe? Ich bin ganz Ur. Hat nichts mehr... Danke für deine... Hilfe. Immer doch. Nee, das ist doch Roberts, ja? Das ist doch hier... Der König hat hier seinen Anspruch drauf, ja? Nein, 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 nein. Da kann da nicht so eine komische Trötennase daherkommen. Nee, 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 nee. Das ist das Königsluder. So läuft das. Ähm... Hm. 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 Was soll ich mit dem Pfirsich? Was sagst du zum Essen? Auf der Nektarine wachsen ja schon Haare. Pfui. Das ist ein Pfirsich, du Vollidiot. Da sind immer Haare drauf. Okay. Ah. What the fuck? Hast du den gerade... ...einfach wieder in meine Zelle reingekickt? Wo kommst du denn her? Pfirsichkicker. Pfirsichkicker. Nein, was? Das war das ganze für ein Bullshit. Ich muss vielleicht die Ratte irgendwie darunter locken. Damit sie sich den Pfirsich schnappt. Oder so in der Art. Äh. Jetzt ist er am richtigen Loch. Na. Gehst du mal in die Zelle. Jetzt probieren wir das noch einmal. Wo ist die Ratte nicht mehr dort? Hä? Wo kommst du denn her? Hä? Hä? Lass das. Ich kenne alle deine Tricks. Also je nachdem welches Rohr ich mit den, äh, mit den Stricknadeln anschlage, geht die Ratte, also in Anführungsstrichen Ratten, das ist für mich ein Vogel, aber egal, geht die Ratte halt in eins dieser vier Löcher. Das ist zu weit weg. Und irgendjemand isst ja hier gerne Pfirsiche. Sieht aus, als esse jemand hier sehr gerne Pfirsiche. Diese Wache kickt mir die jedes Mal wieder weg. Ich muss irgendwie die Ratte fangen, weil nur mit der Ratte, oder die Wachen müssen irgendwie die Ratte fangen, ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Denn nur mit der Ratte gibt's dann die Fleischsuppe. Und zur Fleischsuppe gibt's den Blau-Bär-Pudding oder blauen Pudding. Und wir brauchen ja die Farbe Blau. Aber, ja. Aber wie kriegen wir ihre Hände frei? Ob ich die Erbsen wegspülen kann, weil ich die nicht brauche? Ne, ne? Das ist ja komisch. Wie krieg ich ihre Hände frei? Hier gibt es nichts mehr zu... Gibt's hier noch irgendwas? Achso, mit der Nackenrolle wolltest du nicht mehr, ne? Wieso schaue ich mir das an? Weiß ich doch nicht. Wir haben uns jetzt jedes Essen bestellt, bis auf die Fleischsuppe. Für die Fleischsuppe fehlt eine Ratte. Und die Hände sind halt noch verbunden. Warum kann ich die Hände nicht einfach aufmachen? Kannst du mir... Ich würde... Ich bräuch... Ich glaube, wir brauchen... Das haben wir alles. Verbundene Hände. Das ist halt irgendwie... Verstehe ich nicht, wie ich das machen soll. Und warum der mit dem Pürsich immer wieder zurückkickt. Also hier bleibt er hier. Bei dem Rohr... Bei dem Rohr ist er, glaube ich, da runtergegangen. Was ist bei dem Rohr? Da geht er da hin. Für den Pürsichkern. Das ist so ein bisschen das Indiz, denke ich, sein soll, dass die Ratte Pürsiche frisst. Da dachte ich, wenn ich die Ratte hierhin positioniere, würde sie sich den Pürsich schnappen, der hier rauskommt. Das Problem ist aber, die Ratte bleibt nicht an der Stelle. Sobald ich hier reingehe, ist die Ratte resettet. Und wenn ich den Pürsich hierhin schieße, dann kickt die Wache den wieder weg. Wie kann ich den Pürsich so platzieren, dass die Wache den nicht wegkickt? Ich hatte mal eine Haustierratte, als ich klein war. Das fasse ich nicht an. Abgeschlossen. Die haben auch kein Vertrauen in ihre Gefangenen. Echt, ey. Hm. Wer hat eine Idee? Wie gesagt, also wenn ich das Ding losschicke... Was soll ich damit machen? Da kommt es direkt wieder zurückgedonnert. Weiß ich nicht, was das bringen soll. Wo kommst du denn her? Damit kriege ich den Block... Das könnte praktisch sein. Moment. Grün ist keine kreative Farbe. Okay, blau. Keine Ahnung. Wenn ich alles gleichzeitig reinwer... Jetzt vielleicht. Dass der erstmal hinfällt oder so. Jetzt muss ich nur noch irgendwie an den Schlüssel kommen. Jetzt muss ich nur noch irgendwie an den Schlüssel kommen. Immer noch keine Ratte, finde ich. Wie komme ich jetzt an die Ratte ran? Lieber nicht. Wie komme ich jetzt an die Ratte ran? Ich möchte sie nicht... Nein, es kann nichts für sein Aussehen. Moment, Moment, Moment. Ich schicke es jetzt hier hin. War das dieses Rohr? Nicht? Ich dachte, jetzt fällt vielleicht der Schlüssel runter, weil sie versucht, die Pfirsichkerne zu pieksen. Der Wasserdruck hat das Rohr zum Platzen gebracht. Anscheinend ist die Wache auf den Erbsen ausgerutscht. Wer hat eine Idee? Das ist soweit. Wer hat eine Idee? Ich will Obstsalat. Das fasse ich nicht an. Ich hatte mal eine Haustierratte, als ich klein war. Hm. Hey. Ich höre. Ich würde gern noch etwas bestellen. Ich will Obstsalat. Der isst alle. Ich mach dich gleich alle. Mist. Wie war das? Ich sagte, ich mach dich alle. Wie, ich brech dir alle Knochen. Ah, okay. Hm. Hm. Wie krieg ich die Ratte? Beziehungsweise die Schlüssel jetzt. Sieht aus, als ist sie jemand hier sehr gerne Pfirsiche. Das ist soweit. Ich könnte damit gegen die Rohre klopfen. Aber das macht nicht richtig Krach. Vorher muss ich die Wachen... Hä? Was übersehe ich jetzt? Irgendwas übersehe ich doch. Du... Ja? Laura? Wie sie guckt. Ja? Laura? Danke, Liebrett. Gerne, Laura. Da drüben wohnt Onkel Oboe. Unfreiwillig. Wie wir alle hier. Onkel Oboe? Ich bin ganz ohr. Ich hab auch nichts mehr. Danke für deine... ...Hilfe. Immer doch. Nein, das will ich noch. Warum? Gutes Beispiel von... ...bringt nichts. Mit Essen spült... ...die Nackenrolle hat ihre Schuldigkeit getan. Hallo. Retour-Sendung. Ich bin unzufrieden. Toll. Eine davon könnte ich als Pins... Blöd nur, dass meine Hände gefesselt sind. Ja, blöd nur, dass deine Hände gefesselt sind. Ah, Leute. Was ist denn hier los? Wie kann ich dann die Ratte zu mir locken? Das schickt sie jetzt hier hin. Hier rechts. Wenn ich jetzt... ...hier klopfe, kommt es wieder hier hin. Wenn ich hier klopfe, geht sie nach unten hin. Wenn ich hier klopfe, geht sie da hin. Keine gute Idee. Liebevoll gesprengt. Das fasse ich nicht an. Aber was bringt denn das, wenn ich sie jetzt hin und her schicke? Was? Ist sie einfach in die Küche gerannt, oder was? Heißt das, es gibt jetzt... ...Fleischsuppe? Und in der Fleischsuppe ist der Schlüssel mit drin, oder was? Da muss man erst mal draufkommen. Ich höre. Ich würde gern noch etwas bestellen. Ich nehme einmal die Fleischsuppe mit Blaubeer-Pudding. Gerne. Einmal Fleischsuppe mit Blaubeer-Pudding. Okay. Das Fräulein bekommt halt alles, was sie will, ja? Den Augen kann keiner widerstehen. Na? Wie geht's? Wie widerlich. Die Ratte wurde nicht mal gekocht. Die wurde bloß reingelegt. Einfach in die Suppe reingetan. Bumm. Fertig. Friss. Geil. Köstlich. Die Suppe fasse ich nicht an. Aber der Blaubeer-Pudding sieht okay aus. Die Suppe fasse ich nicht an. Echte? Ist das so eine Veganerin, oder was? Uh, Fräulein, ist nicht zu fein, die Ratten-Suppe zu essen. Hey, der Schlüssel passt bei den Handschellen. Aber leider nicht bei den anderen Ketten. Wenigstens kann ich jetzt wieder malen. Ja, jetzt malen wir was. Danke. Ich denke, auf diesem Papier kann ich zeichnen. Mir fehlt aber noch was für den Kaktus. So kann ich leider noch kein Bild für dich zeichnen. Weil ich nennst du hier eine Kaktussi. Oh. Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Mir fehlt aber noch was für den Kaktus. So kann ich leider... Sehr gut. Ich denke, damit könnte ich... Mir fehlt so... Eine davon könnte ich als Pinsel verwenden. Die andere darfst du behalten. Na, danke dir. Danke. Jetzt habe ich alles, was ich zum Zeichnen brauche. Na, also... Wie soll der Kaktus denn aussehen? Also, seine Stacheln sind... Wir haben das ja mal nachgeguckt, ne? Also, was heißt nachgeguckt? Wir haben... Es gibt noch genoppt. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Es gibt noch genoppt. Wir versuchen erst mal gerade. Gerade. Ach, die Anzahl spielt... Oh, die Anzahl habe ich nicht geguckt. Ich dachte, es geht um die Farbe der Blüten. Seht ihr, da müssen wir noch mehr rausfinden. Wir rätseln jetzt einfach mal. Drei Blüten. Und wie sieht der Körper aus? Der Körper ist mehr so... Gespalten. Gespalten. Okay, fast fertig. Wie viele Stacheln hat er denn? Der Kaktus hat... Die Anzahl der Stacheln auch noch. Ei, ei, ei. Okay, da müssen wir noch mal rätseln. Da müssen wir noch mal rätseln. Drei Stacheln. Und wie soll er heißen? Der wird jetzt wahrscheinlich falsch sein. Wir müssen noch mal... Wir müssen noch mal da rangehen an das Rätsel. Einfach mal zur Probe. Reichen wir das Ding mal ein? Was soll das sein? Der blaue Maurice ist das auf jeden Fall nicht. Das dachte ich mir. Moment. So. Ganz ruhig. Wir gucken uns das noch mal in Ruhe an. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Entscheidungsmerkmale gibt. Also, der schmale Eumel hat gar nichts mit dem gemeinsam. Also, drei Blüten können das schon mal nicht sein. Genau das gleiche mit dem Johannes. Auch keine zwei Blüten. Die Farbe ist tatsächlich irrelevant. Die Farbe der Blüten. Die Anzahl der Blüten ist wichtig. Interessant. Also, drei und zwei können es nicht sein. Anzahl. Anzahl. Also, was war es jetzt? Die Anzahl? Anzahl der Blüten. Und Anzahl der Stacheln, ne? Und Anzahl der Stacheln. Und Anzahl der Stacheln. So, nochmal. Der sieht hübsch aus? Ja, der wunderschöne blaue Maurice ist ja auch eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpix. Also, genobbt kann ja schon mal nicht sein, ne? Glaube ich. Keiner von denen hat genobbt. Ne? Äh, dieser komische Zacken kann es nicht sein, weil das der Eumel hat. Und so komisch gedreht kann es auch nicht sein, weil das der Johannes hat. Also, muss es entweder... Den haben wir uns gar nicht angehört. Der sieht komisch aus. Kein Wunder. Der hat wirklich überhaupt nichts vom blauen Maurice. Überhaupt nichts. Also, kann es kein... Können es keine Noppen sein, es kann nicht rund sein und es können nicht drei Blüten sein. Ja, aber drei Blüten nicht hatten wir ja auch schon hier oben, ne? So. Also, wir wissen... Also, es müssen gerade Zacken sein. Ja. Die Blüten. Jetzt ist die Frage, wie viele Blüten? Entweder zwei von der grünen Libelle. Das kann es aber nicht sein durch den Johannes. Entweder drei von den Bliehabler. Das kann es aber nicht sein wegen dem Wanker und dem Eumel. Oder vier. Das wird es dann sein müssen. Dann sind es Blüten. Hier. Dann haben wir... Anzahl der Stacheln. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Zwei, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf Stacheln können es nicht sein. Wir gucken einfach mal hier. Hier sind es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier sind es auch sechs. Und hier sind es drei. Es müssten also entweder drei oder sechs sein. Hier sind drei. Die können es nicht sein. Also müssen es sechs sein. Anzahl der Stacheln sechs. Und die Form hatten wir ja schon vorher ermittelt. Es muss ein Y sein. Weil gebogen kann es nicht sein. Gerade kann es nicht sein. Und rund kann es nicht sein. Also haben wir gespaltene Formen mit vier Blüten und sechs geraden Stacheln. Das sollte hinhauen, oder? Ich glaube, jetzt haben wir alles. Liebretter? Ja? Kannst du mir jetzt einen Kaktus malen, äh, zeichnen? Na klar. Wie soll der Kaktus denn aussehen? Also seine Stacheln sind... Gerade. Gerade. Und er hat genau... Vier Blüten. Vier Blüten. Und wie sieht der Körper aus? Gespalten. Körper ist mehr so... Ja. Gespalten. Okay, fast fertig. Wie viele Stacheln hat er denn? Sechs. Der Kaktus hat... Sechs. Sechs Stacheln. Und wie soll er heißen? Äh, Karl-Heinz Tischbein. Moris. Moris. Alles klar. Hier kommt dein Kaktus. So. Jetzt haben wir das. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der blaue Moris. Oh, endlich. Ich werde es gleich aufhängen. Genau. Und jetzt kann der... Jetzt achtet er nur noch darauf und wir könnten jetzt theoretisch abhauen. Ich habe doch den Schlüssel. Nein, wir wollen das Schloss knacken. Ich habe doch den Schlüssel. Nein, wir wollen das Schloss... knacken. Ich habe doch den Schlüssel. Na gut. Yay! Ha! Geschafft! Okay, ich denke, ich nehme erst mal die Seilbahn nach Asposia Central. Wenn ich ihn da nicht erwische, suche ich ihn in Altaspen. Das muss er mit der anderen Seite Asposiens gemeint haben. Fantastisch! Los! Du musst weg! Danke für deine Hilfe. Ich hole dich hier raus, versprochen. Viel Glück, Laura. Danke, lieb Ritter. Wir sehen uns wieder. Laura Biagioti. Bricht Herzen und aus Gefängnissen aus. Sagst du mir nun, wo sie hinfahren will? Ja. Wo ist meine kleine Schwester? Erst die Information. Nein. Laura und der König sind auf dem Weg nach Altaspen. Nein! Aha! Der Feigling versteckt sich also. Du Schlange! Großartiger König. Conroy hätte sich nie versteckt. Wo ist meine Schwester? Es geht ihr gut. Ich lasse sie zu dir bringen. Meine Liebe, du hast Asposien einen großen Dienst erwiesen. Nicht cool. Nicht cool. Okay. Ich musste nur 14 Schaffner fragen. Aber ich weiß jetzt, dass ich nach Altaspen muss. Das hier muss das richtige Gleis sein. Ja, ich würde jetzt hier wieder aber eine Pause machen. Weil ich muss jetzt was zu Essen machen. Und dann würde ich aber danach direkt hier wieder weiterspielen. Also wer dann Bock hat, schaut nochmal rein. Wenn nicht, dann eben halt morgen. Oder wann auch immer ihr mal wieder Lust habt. Ich glaube, morgen machen wir vielleicht mal wieder eine Runde 7 Days to Die. Heute habe ich so richtig Bock auf den letzten Windmönch. Aber wie gesagt, jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Danke fürs Reinschauen, Leute. Bis später dann, ne? Bis später dann, ne?